Statt Nr. 80 mit seinem ... ... erstmal über den Job aus dem letzten Jahr, Reini. Wie war es für dich? Wie ist die Serie angekommen? Auf Autosport haben wir das Ganze übertragen. Ich habe es kommentiert. Mit dem Rally-Großauto und der Show-Exhibition fahren. Es gibt nichts cooleres im Rally-Großauto. Schnee-Reis-Großauto fahren. Marcel, den wirst du hinterherziehen oder sitzt er neben dir? Er fährt jetzt extrem sein Wettbewerb-Auto. Er fährt selber super gut Auto. Wir werden uns eine geile Show liefern, glaube ich. Und von dem her freue ich mich. Zeig uns doch mal kurz dein Auto. Wie es für dich umgebaut ist. Ich habe da unten schon die Gummispann-Gurte gesehen. Wir vergleichen uns mit dem Weltbesten. Wir vergleichen uns mit dem Weltbesten. Wir vergleichen uns mit dem Weltbesten mit. Sondern wir können uns mit dem Weltbesten messen. Und da ist es immer ganz gut. Was ist gerade am Auto los? Wir haben einen neuen Tomulader verbaut und der Hitzeschutz ist warm geworden. Also von dem her nichts Fagisches. Hitzeschutz ein bisschen rausbiegen und geht wieder weiter. Alles klar. Wir haben einen neuen Tomulader. Wir haben einen neuen Tomulader. Sch Sch 224 hat er runter. Okay, dann ist das der geheime Kilometerzähler. Was auch immer die Kilometerzähler.